Das ist mir echt sowas von egal, ob die Veganerin ist oder nicht. Hauptsache, die rasiert sich untenrum. Man ist immer belauscht in der S-Bahn. Sie hören das von anderen Leuten in der S-Bahn. Heike, 39. Von Pepsi bekomme ich ganz anderen Durchfall als von Cola. Sina, 21. Von alleine ist der Musti nicht reich geworden. Der war wegen dem Autounfall drei Jahre im Koma und hat die ganze Zeit gespart. Katrin, 36. Mein Hund ist total schön und das weiß der auch. Mara, 19. Meine Mutter hat meiner Schwester gesagt, dass sie ein Baby machen soll, um ihre Ehe zu retten. Jetzt hat die schon drei und ihre Ehe ist immer noch scheiße. Vielen Dank.